So, wir machen weiter mit den Videos. Hier ist Miss 1, 2, 3, 4, Verbindung steht, alles ist wunderbar. Die Videounterfrischung soll jetzt in nächster Zeit nicht mehr vorkommen. Deswegen überlege ich mir heute wieder ein bisschen mehr aufzunehmen. Wir machen mal heute zwei Magic Ball Videos mit A4 Leveln. Also mit jeweils vier Leveln. Das heißt, das erste von 31 bis 34 und das zweite von 35 bis 38. Machen wir mal heute so. Wir haben noch die Punkte von gestern? Das ist ja stark. Und wir haben gleich das erste Leben schon fast verdorben. Wieso haben wir noch die Punkte? Egal. Da sind wir nicht gestern bei der Punktzahl stehen geblieben. Egal, das kümmert uns ja in nächster Zeit erstmal. Ich habe die Hauptsache, wenn wir los. Erstmal, das wird uns ja in Fragen intendieren. So, nun überhaupt nur noch die Punkte ist. So, jetzt haben wir uns ja erstmal geblieben. Verекст so aber wenn er im Vulkan liegt, wird er explosiv das war ja vorhin hier der Nordpol sozusagen hier sind wir jetzt im Internet Indianer oder irgendwie was das für eine Welt sein soll wir haben eigentlich auch gesagt wir können uns irgendwann nochmal mit Magic Ball 2 beschäftigen ach, machen wir ab morgen mache ich ab morgen, nehme ich dann noch die ersten Folgen auf oh, wenn es noch gut geht, können wir es noch schaffen, nein, können wir nicht mehr dann hätte die Medaille vorher kommen sollen ja, jetzt kommst du, du Ding, aber gut ja, das ist gut, dass wir die schon mal weg haben jetzt haben wir noch ein paar Tiger hier hui, dachte ich hätte ihn verloren jetzt haben wir hier so eine Quelle das weiß ich, wenn man dagegen geht weiß ich nicht ja, dann wird sie besoffen durch die Quelle wird sie besoffen? macht das irgendwie Sinn? ich habe keine Ahnung wir haben nur viel der Mann bislang nicht wirklich viele Bonuspunkte ab hier meine lieben Freunde da kommen die wieder so, nachher gibt es ein Video mit Pflanzen gegen Zombies und dann noch Minecraft aber es war echt schlimm, diese Verbindungspausen also immer diese Verbindungsfehler auch die waren nicht wirklich toll so hat man auch mein Video immer dauernd abgebrochen zu laden aber ich glaube, jetzt brauche ich erstmal diese Zusammenschneid-App erstmal nicht aber ich behalte sie trotzdem bei mir ganz klar ah jetzt haben wir den Brunnen weggelöscht sozusagen jetzt sind sie ein bisschen besoffen jetzt haben wir hier eine Wand jetzt haben wir einen Diamanten jetzt haben wir nichts also es folgen quasi noch vier Videos Pflanzen gegen Zombies wird ein Video sein dann wird Minecraft ein bis zwei Videos sein also zwei so vielleicht ich weiß nicht wir müssen ja irgendwie noch auf die 100 kommen aber seid mir bitte nicht böse wenn ich doch nicht die 100 schaffe aber ich gebe alles also am Wochenende werden auf jeden Fall Videos kommen viele, viele Videos mindestens so 10, 15 ich weiß nicht wie viele Parts ich brauche um das Jumping Jack durchzuspielen ich denke mir so wenn ich immer so drei Folgen aufnehme ich mach's so ich mach's so ich will ja alles alles Geld finden ich mach's dann so jede Folge so 10 Minuten und dann wenn wir die 10 Minuten rum sind kommt eine neue also mach ich dann die nächsten Part dann werden wir bestimmt damit auf jeden Fall dann kann ich das auf jeden Fall wieder aufholen morgen kommen Magic Ball 2 dazu na das Level wird das wird tatsächlich das erste Level sein wo wir mehr als 4 Minuten brauchen ey das gibt's doch gar nicht schaut euch das jetzt an oh keine Medaille weil wir hier zu schlecht für das Level sind nein nicht ihr sondern ich nicht ihr seid schlecht sondern ich ihr seid super wenn ihr meinen Kanal abonniert und hier gute Kommentare abgeht seid ihr top so 4 Minuten Nachspielzeit komm triff doch ja das ist jetzt auch wirklich hilfreich Digga na muss ich doch meinen Plan ändern vielleicht 4 Videos A2 Level oder was danke 5 Minuten sind auch mehr als genug komm mach das Ding jetzt zu Ende kriegen jetzt natürlich hier keine Medaille weil wir es nicht in einer rechthaberigen Zeit geschafft haben Level 33 Level 33 Level sagen wir kriegen das Spiel das Spiel noch bevor ich wieder weg bin durch möglich ist es möglich ist es wenn ich die ganze Zeit hier vorhänge wenn ich anstatt 5 Level 10 Level spiele und aufnehme jetzt habe ich es gesagt dass es zwei Videos gibt dann mache ich doch jetzt auch es wird sogar vielleicht drei geben die werden aber aufhören jetzt ist es jetzt gerade echt hat hat das hat das Fischlein hier gerade uns weitergeholfen indem wir einfach das Ding umgeschubst hat das ist sehr schön ah ich habe jetzt gedacht die stehen jetzt so aufeinander na doch doch tun sie stehen so aufeinander weil ich mich doch nicht verguckt eine Kanone habe ich noch gut aufheben und Romsasa na ich nehme nach dem Video äh nach dem nach dem Level nehme ich ein Video auf äh Geld hat Geld gebracht Bonuspunkte wer kennt das das wie das Level wird auch mindestens zwei Minuten lang sein Mensch lol Mensch wir brauchen mehr nur mit sein hä das Geld das Geld schwimmt im Wasser ja super ist ja kein echtes Wasser ist ja nur Boden ja der Magnet ist zwar gut bringt aber jetzt nicht wirklich viel und das bringt auch nichts nichts ne kann auch gar nichts bringen ey das erste Mal dass wir fünf Labern haben ja können wir machen was wir wollen das bringt nichts da muss schon der Ball dafür sorgen dass es weg ist oder hier andere sagen ja da oder oder so oder so dort gut oder so oder so ich auch oder